Helene Fischer, dieses Video empört die Fans Mit diesem Video sorgt Helene Fischer für Aufruhr bei ihren Fans. Besonders krass, die Schlagersängerin ist frisch verliebt und in einer Beziehung mit dem Akrobaten Thomas Seitel. Helene Fischer sorgt für Ärger. Nun postete die 34-Jährige einen Neujahrsgruß auf ihrer Instagram-Seite, der für Aufsehen sorgt. In dem Clip sind Ausschnitte aus ihren Auftritten zu sehen, inklusive Thomas Seitel. Nur mit dir möchte ich die Welt von oben sehen. Nur mit dir möchte ich auf allen Gipfeln stehen. Alles würde ich mit dir riskieren. Zusammen kann uns beiden nichts passieren. Für alle Zeit bist du ein Teil von mir. Liebe ist unendlich nur mit dir, singt Helene dazu. Zu viel für die Fans. Ist sie so verliebt in Seitel, dass sie jeden Anstand verloren hat? Dieses Lied war bis vor kurzem immer für Flo. Und du machst einfach weiter, als wäre nichts gewesen, Helene. Das ist einfach nicht fair gegenüber Flo, feuern zwei ihrer Follower. Oje. Es sieht ganz so aus, als wären ihre Anhänger noch nicht über die Trennung von Florian hinweg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.